Da ist noch eins. Okay. Leder und Strings. Habe ich schon Strings? Nö. Oh Gott, den. Den Baum müssen wir mal abbauen. Und das Schild ausziehen. Das ist ja mal max nervig. Das ist ja mal. Das ist ja mal. So. So, dann starten wir doch mal direkt mit der Iron Farm. Hi. Was geht? Oh Gott. Willkommen. Also, ich kann dir eins sagen, so viel haben wir noch nicht geschafft. Oh Gott. Simpler Grund, ich bin zweimal gestorben. Und, beziehungsweise einmal gestern im Stream gestorben und einmal heute nochmal. Und die haben den allerletzten Save genommen. Das heißt, da wo wir irgendwo da ganz, ganz hinten gestorben sind, das wurde übernommen. Was richtig nervig war. Aber dafür haben wir jetzt Waypoints und Villager dabei, wie man vielleicht so ein bisschen im Hintergrund hört. Äh, ne, noch, noch nicht. Ich, äh, hab mir jetzt gerade die Grundzutaten für ein, äh, wie heißt das gleich noch, für die Iron Farm von Easy Villager geholt. Ja, sorry. Oh ja. Ja, das wird umgesetzt mit dem, äh, dingstens, hier, wie heißt das gleich noch, mit dem Iron Farm Ding. Ja, das wird umgesetzt mit dem, äh, dingstens, hier, wie heißt das gleich noch, mit dem Iron Farm, wie heißt das gleich noch, mit dem Iron Farm, wie heißt das gleich noch, mit dem Iron Farm. Ich glaube, über den Berg wäre es einfacher gewesen. Dafür brauchen wir, äh, wie heißt das gleich noch, äh, Dripstone. Weil Clay, auf der Tour, die ich eben gerade hatte, hatte ich geguckt, ob ich irgendwo Clay finde, aber keine Chance. Oh, wow. Was? Hm. Voll den Umweg gelaufen und gleich um die Ecke ist was. Äh, hä. So, äh. So, jetzt brauchen wir noch Sand. Ja, aber hier im Fluss ist, glaube ich, auch kein Clay. Der Umweg. Okay. So, jetzt brauchen wir noch cocktail. Äh, hä, hä. So, jetzt brauchen wir noch dazu. So, jetzt brauchen wir noch eine Höhung, respektive Muy gut. Sie brauchen eine Höhung, Ultrare Although known. So, jetzt brauchen wir noch eine Fertigung. Es sind wir nach vorne. Wir müssen mitайте johnklima. Und wirketten, dann alley, oder wir wissen, was was wahrscheinlich jedenfalls sehr, dass conscient, WTF was für ein Glück haben wir denn das ist das erste mal dass ich in ATM 9 im Fluss Clay gefunden habe nice dann können wir echt als nächstes mit Botany Hoppers anfangen Ach da drüben ist noch mehr nice super cool 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 Ja. Oh ja, irgendwie sowas. Und dann mal weitergucken. Also eine Idee ist natürlich mit, ähm, wieder mit Productive Bees anzufangen. So. Wir haben Clay. Wir haben Sand. Und wir haben anderen Stuff. Äh, hier rein. So, äh, Strings, Leder, Wolle, Jungle Wood. Eggpack. Strings haben wir. Da können wir jetzt uns endlich einen vernünftigen Backpack bauen. Kann der nämlich hier weg. So, dann Lava, wir brauchen Glas und dann können wir den Scheiß hier mal aufräumen. So, ja, den Dirt. Den kleinen Wasserfall will ich doch behalten. He, 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 cool. So. Oh ja, das ist der Plan. Bis dato. Oh, da ist eine Wasserquelle. Nois. Irons und Stone. Irons und Stone. Okay, und controls, keybinds, ftp, shuns, claimmanager, eh, oh, so. Müssen wir da noch einen Villager reinstecken? Oh ja, okay, super, dann haben wir das erledigt, den habe ich wieder bekommen. Ich hatte doch Bones, oder nicht? Weil ich nicht zum Fluss laufen will. So, unendliche Wasserquelle. Oh. So. So, der produziert, auch wenn wir nicht da sind, das ist schon mal gut. Ähm. Dann würde ich hier eben den... So, dann machen wir doch mal hier eben... Alles frei. So, ich soll noch eine Axt bauen. Wofür die 10 mal Eisen? So, ich soll da mal hier sein... So, ich soll das jetzt machen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oops Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja, also ein Botany für Holz Und dann werden wir nach und nach unser Imperium aufbauen So, Höhe 63, okay Gehe ich auf 63 oder mache ich 3 hoch? Also auf 66 Ich glaube, ich gehe 3 hoch Okay Oh ja, also ein Botany 66, okay. 2, 2, 1. Gute Idee. Auf jeden Fall. So. 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 Trapped ist mit nermm. Ok. Dit müssen wir juist leider opfern. So. Und wir brauchen eine Blume, 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 Blume. Blume, 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 Blume. Blume, Blume, Blume. Blume, Blume. Blume, Blume. Blume, Blume. Blume, Blume, Blume. Blume, Blume. Blume, 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 Blume. Blume, Blume, Blume. Blume, 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 Blume. Blume, 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 Blume. Blume, 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 Blume. Blume, Blume, Blume. Blume, 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 Blume. Blume, 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 Blume. Blume, 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 Blume. Blume, 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 Blume. Blume, Blume, Blume. Blume, 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 Blume. Blume, 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 Blume. Blume, Blume, Blume. Blume, Blume, Blumen, Blume, 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 Blume. Sooo, was machen wir denn als nächstes? Wir brauchen Fackeln. So, was machen wir denn jetzt als erstes? So, was machen wir denn jetzt? So, was machen wir denn jetzt? Ach, wenn ich die Botany Hopper habe, brauche ich die ja nicht. So, was machen wir denn jetzt? 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 So, was brauche ich denn noch? So, was machen wir denn jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe keinen Cobblestone Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich brauche aber zwei Ironblöcke dafür Oh ja Aber wir sollten eben noch eine Ironpick machen Obwohl Ja, wir brauchen jetzt Prosperity, ne? Auf welcher Höhe? Ja, ich brauche sie dann Ah, okay Ja, ich brauche sie, ja Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich hier an Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also würde ich jetzt Soja Produkte essen, dann ja, weil Kühe und Schweine werden hauptsächlich mit Soja und Getreideschrot ernährt Untertitelung des ZDF, 2020 So, das Schlafen hat anscheinend nicht geklappt So. 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 So.